Nach seinem Zusammenbruch bei der Fußball-Europameisterschaft befindet sich der dänische Nationalspieler Christian Eriksen in einem stabilen Zustand. Das teilte die UEFA mit. Das Vorrundenspiel der EM zwischen Dänemark und Finnland war unterbrochen worden, nachdem der dänische Spieler Christian Eriksen auf dem Rasen kollabiert war. Rettungskräfte begannen umgehend mit seiner Reanimation. Kurze Zeit später wurde er vom Spielfeld getragen und in ein Krankenhaus gebracht. Mitspieler und Fans reagierten tief betroffen und waren schockiert.